Eben das mit dem Weitwinkel und weisst, das finde ich schrecklich. Ich will mir nicht ein Foto finden. Ich bin total gemütet. Ich habe noch mehr GPS drauf. Ja, du hast ja das nicht gelassen. Du bist auf Filmen. Nein, ich habe Müll auf Filmen. In Thailand habe ich Foto nicht gemacht. Und daheim konnte ich unter 5 Meter genau.